Was geht ab Bitches? Hier ist euer Tom zu mir und ich wollte euch nur sagen, dass ich leider zur Zeit schlecht ans Uploaden komme, denn ich habe Studium und habe da nie großartig Zeit noch neue Parts aufzunehmen und wenn ich mal Zeit habe, ne, dann verbringe ich die mit ein bisschen relaxem Spielen, ein bisschen Call of Duty oder sowas, ein bisschen Multiplayer, ne, wenn man ein bisschen runterkommt und da kann ich, da schaffe ich es nicht wirklich oft noch ein paar Parts aufzunehmen, deswegen verzeiht mir, wenn jetzt mal nicht wirklich viele Parts jetzt hochgeladen werden, aber ich habe bald wieder Ferien, ja, das heißt bald in zwei Monaten, dann geht es wieder voll, dann kann ich wieder mehr Parts aufnehmen, habe auch mehr Zeit und kann das Dishonored Let's Play zu Ende machen und ja, ein paar Parts habe ich noch von Dishonored, also ganz auf dem trockenen Wetter nicht sitzen, falls ich dann keine Parts mehr von Dishonored habe, werde ich die von Max Payne 3 hochladen, das sind auch schon etliche, da habe ich das Let's Play eigentlich auch fast fertig, bloß beim X Payne das letzte Level leider nicht laden, deswegen kann ich das Let's Play zur Zeit nicht zu Ende machen, aber, äh, gut, nur, wenn ihr Bescheid wisst und euch fragt, hat er wieder aufgehört oder nicht, er hat wieder angefangen, aber, ne, Zeit gut, haut rein, ne, draufgehauen, reingehauen und tschüss